Ich siehste wieder so, dass die Frau... hat? Da hat wieder mal ein Stück... So hat ein Stück... Hi, hier ist die Claudia. Hallo? 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 Ja? Hi, hier ist die Claudia. Ähm, Philipp? Ja? Ähm, du bist doch jetzt 16 geworden. Ja? Alles Gute nachträglich. Ja? Wenn ich jetzt auch noch wüsste, wer du bist? Ja, die Claudia. Aha, okay. Und woher kenn ich dich? Äh, von der Party. Aha. Interessant. Und von wo? Ja, ähm... Hallo? Ja? Ich bin doch da. Hallo? 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 Ja? 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 Ja, auf jeden Fall. Du kennst den Max? Ja? Ja? Ähm, der K***er. Ja, ja. Den kenn ich sicher. Ja, auf jeden Fall. Ähm... Ich... Der hat mich bezahlt. Was? Hat der? Der hat mich bezahlt. Der hat mich bezahlt für dich. Äh... Schönes Leben. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja? Das... Ähm... Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Ja, schön für dich. Von mir aber... Ja, mein Treffen. Wann hast du denn Zeit? Gar nicht. Gar nicht. Wiedersehen. Schönes Leben. Tschüss. Hallo? Haben wir dich auch gelegt? Hä? Haben wir dich auch gelegt? Hä? Ja, du wurdest grad verarscht von YouTubes! Ja, du wurdest grad verarscht von YouTubes! Hahaha! Hahaha! Gut! Ja, also... Ciao! Schönes Leben noch! Ja, gut! Hallo? Hallo! Hallo! Claudia hier! Ist der Günther da? Ist der Günther da? Ja! Wie ist die Claudia? Ähm... Ja, hier steht im Telefonbuch, dass Sie ficken wollen. Ist das richtig? Ja! Hätten Sie Zeit am Abend? Wie ist die Claudia? Ist das denn? Ja... Hahaha! Das hat mich schon gebraucht. Hallo? Ja! Guck mal hier! Hier steht Günther Ficken! Sind Sie... Ja! Ich rede mal noch ein bisschen! Was ist denn dein Geld? Ja! Hätten Sie Günther Ficken heute Abend? Ja! Ja! Wo bist du denn? Woh! 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 In Ramsloh? Ne! Bei Ihnen hier! Na! Ja! Ja! 36! Ich stehe vor dem Haus! Wenn Sie wollen, können Sie rauskommen! Dann machen wir gleich! Hehehehe! Oh! In der Hacke wollen! Ja! Kostet auch nichts! For free! Bist du abgehackt? Das ist natürlich nicht genug... Hallo! 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 Von wo rufst du denn an? Von zu Hause! Bei dir vor der Tür! Hehehehe! Hältst du los? Was ist denn heute Abend? Ja! Ich guck doch mal eben raus! Ja! Komm raus! Ein Moment! Ja! Ein Moment! Ja! Komm! Warte! Ha! 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 Der geht jetzt echt raus! Der ist voll an, ne? Ja! Das war morgen früher, ne? Ja! Ja! Wer ist denn da? I don't speak English, my friend. No, I don't speak English. Was up, du bist der Pjörn. Der Hand. Dann sag ich schon. Nein, hast du nicht gesagt. JAPUHER! Hallo? JAPUHER! 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 Alter, sag nicht, dass du ihn gerade in den Hörer gerülpt hast. JAPUHER! Ach, komm mal hierher! Komm mal hierher! JAPUHER! Komm mal hierher! Mach hierher! JAPUHER! 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 Alter, du bist echt mutig, man! Guck mal, du hast ja schon viermal angerufen! Hör mal auf damit, man! JAPUHER! 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 JAPUHER!